Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und, äh, ja. Wir schlagen uns jetzt mal erneut wieder durch die Horden von... Jetzt hab ich die falsche Taste gedrückt. Erneut durch Horden von Zombie, Mutant, Nazi, Viechern. So, die da oben hätten wir. Da hinten bastelt einer rum an dem Ding hier. Und zack. Ich kann auch basteln. Gut. Wiederbelebung haben wir uns schon gekauft. Ja, sonst hätten wir mehr als 560, äh, irgendwas Punkte. Und da hinten müsste dann noch einer sein. Der letzte. Oder die letzten, falls es zwei sind. Es ist nur einer. Und das war mit dem Typ. Gut. So weit, so gut. Ähm. Also, Runde zwei. Letztes Mal bin ich in Runde zwei schon einmal gestorben, glaube ich, oder? Wegen meiner... Wegen meines mangelnden Talents an Messern. So, da kommt doch schon der erste Kandidat. Komm her! Oh, das ging daneben ein bisschen. So, das war auch der einzige Kandidat hier oben. Und dann gehen wir ganz schnell hier runter. Och, ihr wollt mich doch verarschen. Dann klickt er jetzt aber zurück. Jetzt stelle ich mich schon wieder in Runde zwei. Naja, letztes Mal war das auch so. Und dann bin ich auch noch weit gekommen. Oder relativ weit. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist ja der Wahnsinn hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ist denn das die Möglichkeit? So, jetzt hol ich mir aber mal die Shotgun und mach den Rest hier mit der Shotgun. Hab jetzt keinen Bock mehr hier. Was ist denn jetzt? Äh. War Runde zwei schon vorbei? Och, sieht meine an. Und da kommt noch einer. Töten wir auch mal direkt. Und hier den. Und da den. Auch wenn wir dazu jetzt durch das Dings hier durchschießen mussten. Und von da hinten kommt einer. Garant. Ist der schnell meine Fresse. Und jetzt ist er tot. Oh, daneben geschossen. Das sieht mir auch ähnlich. So, komm her, mein Freund. Gut. Und jetzt die nächsten. Ah, shit, ich wollte zwei in einem. Aber ging nicht so. Ach, wir müssen uns ja schon wieder Wiederbelebungsdings kaufen, oder? Haben wir im Moment eins. Ne, hatten wir nicht. Alter, Falter, haben wir wenig Punkte. Gut, dass wir jetzt hier, ähm... Mal zwei bekommen haben. Dann bekommen wir wenigstens noch ein paar Punkte mehr. Ach, das war schon wieder mit der Runde. Dann haben wir auch nicht so viele Punkte mehr bekommen. Das letzte Mal hatten wir an dieser Stelle viel mehr Punkte. Naja. Ich nehme hier das gerade an dem gleichen Tag auf wie letztes Mal. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, heute ist nicht mein Tag. Heute fälle ich irgendwie die ganze Zeit durch und durch. in jedem Spiel. So, Kollege. Dann warten wir mit dir. Du Mistvieh. Oh, sieh mal eine an. Offene Tür. Hab gar nicht gewusst, dass heute Tag der offenen Tür ist. So. Mein Freund. Kommt dir noch ein Kollege? Tatsächlich. So. Wart mit dem. Und dann warten wir mal auf den nächsten. Hier kommt keiner. Oder? Doch. Ne, ne. Da kommt keiner. Aber hier wahrscheinlich gleich. Aha. Wenn man vom Teufel spricht, kommt so ein Zombie hier hoch. Das sind mal viele. Ich glaube, mit meinem zweiten Schuss habe ich keinen getroffen, oder? Ah, doch. Oh, nice. Bringt mir noch nicht allzu viel. Das liegt da an einer schlechten Stelle, dieses Ding. Ah, Totenkopf ist das. Dann würde ich doch mal sagen, pack mal die Pistole aus. Ja, Teufelkerl. Oh. Mit einem Schuss drei Viecher. Dafür müsste man eigentlich einen zehnfachen Bonus bekommen. Gut. Das ist totaler Quatsch. Aber einen Bonus hätte man bekommen können. Mit einem Schuss drei Viecher killen. So. Runde fünf sind wir. Puh, den habe ich noch gerade so bekommen. Also wir hatten noch den toten Kopf. Deswegen ist er jetzt mit einem Schuss noch gestorben. Zack. Wieso ist er nicht gestorben? Das ist ja Wahnsinn. Ich kriege euch noch. Ich kriege euch noch. Guck mal, dass das hier nur so ein langsamer ist. Da sind doch bestimmt wieder welche. Ja. Oh, so langsam bekomme ich hier schon wieder Platzangst. Maximale Munition. Wieso? Schieß doch. Wieso hat der nicht geschossen? Ich hatte doch volle Muni. Aber jetzt kann ich immerhin, äh... Mit dieser Munition hier alle blatt machen. Das ist immer nice, wenn man stirbt. Ja super. Jetzt wäre ich ja fast zweimal hintereinander gestorben. So. Alter Falter. Heute ist überhaupt nicht mein Tag. So schlecht wie heute habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. So. Na ja, einmalhin Runde 6 erreicht. Das geht ja dann noch. Wir könnten auch so langsam mal in den nächsten Raum. Ja, das machen wir jetzt auch. Runde 6. Dann kann man ruhig mal in den nächsten Raum gehen. Denn jetzt sind die ja nicht mehr tot mit einem Schuss. Ah, jetzt habe ich Idiot natürlich die Shotgun weggemacht. Statt die Pistole. Und habe jetzt eigentlich nur diese Waffe hier. Das ist schlecht. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Oh, lebt der Kerl noch. Ah, und hier kommen sie wieder von oben. Die netten Monster. Also sprich von da oben. Aus diesem Loch. Wie immer, Zombies kommen immer aus Löchern. Oh, sie kommen von beiden Seiten. Oh, wir haben ja noch wiederbeleben. Stimmt. Wir haben ja noch wiederbeleben. Sehr nice. Den da hinten noch. Jawohl, den habe ich noch getroffen. He he. Ich bin eben besser, als man denkt. Also Runde 7 erreichen wir diesmal. Äh, hoffe ich mal. Oh. Oh, das ist schlecht. Ja. Das ist... Da hat er recht. Tief im Zombie-Mist und keine Munition. Aber hier ist ja wieder Munition. Wechsel. So. Was ist das? Das ist die Atombombe. So. Und jetzt haben wir so. Und damit wären wir dann auch jetzt in 7. Puh. Das war ja dann doch nochmal eng geworden. Öffnen wir mal die nächste Tür. Ah ja, stimmt. Jetzt geht's hier runter. Das kennen wir ja alles schon. Und dann machen wir das Ganze hier so. Wo geht's hier weiter nachher? Da, oder? Ja. Das könnten wir rein theoretisch auch jetzt schon machen. Das war direkt schon mal eng. Wo ist der nächste? Und da kommt doch noch irgendwo einer. Das war knapp. Ah, scheiße. Ah, für diese Höllenhunde... Für die Höllenhunde bin ich immer noch zu langsam. Heute... Ja, wie... Ja, ich hab's schon tausendmal gesagt. Heute ist nicht mehr Tag. Naja, man kann sich ändern. Immerhin noch Runde 7 erreicht. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.